Nächste Runde Battlefield 4, Operation Mörser und Fabian LP. Herzlich willkommen zurück, Operation Mörser. Jetzt weiss ich gar nicht ob wir das schon gespielt haben, weil es mir so bekannt vorkommt. Ich glaube nicht. Boah, da geht es auch schon in die Luft. Ich weiss auf jeden Fall, letztes Mal war ich hier so erfolgreich. Die kamen nicht mal dazu eine Base zu zerstören. Oh, das Boot. So, geht da einer runter. So, weg ist es. Da war noch einer da, was sucht ihr denn da? Wenn es einmal aktiviert ist, kann man es gar nicht mehr aktivieren oder so. Da kommt der Amtrak, der wird aber abgeschossen. So. Und jetzt mal schauen, jetzt wird es spannend. Genau, jetzt gehen sie nämlich auf diese Insel da. Und jetzt kommt der Amtrak. Okay? Okay. Nächste Runde, bitte. Hedet es mir nicht, leider. leider. Du Sack, wie wenn du mich kriegen würdest. So. Ja, die Karte ist teilweise auch ein bisschen schlecht gemacht. Ich hebe jetzt hier mal ab, damit ich auch mal was mache. Ja, danke, dass du mich hier einfach abpackst. Fahren wir halt weiter. Er fährt hier zur Insel. Da sind sie auch. Zwei, auf jeden Fall. Drei sind es. So, eine wenige. Auf der anderen Seite. So, abgeräumt. Da ist noch einer. Hier irgendwo. Noch zwei, scheisse. Oh, noch drei. 6-1. Naja, so kann es laufen, wenn man hier angreift und ja, ich will jetzt nicht sagen nichts hinbekommt, aber einfach der erste Stich nicht richtig viele Leute da sind. Ach, scheisse. Okay, das habe ich eigentlich vorausgesehen. Dass ich da irgendwo ab... Deshalb war ich eigentlich so vorsichtig da. So. Was ist denn das? Kenn ich gar nicht so richtig. Irgendwie. So. So, das Ding ist natürlich jetzt weg. Jetzt muss ich laufen. Ah. Oh. Was habe ich jetzt gesehen? Dass die ja da sind. So, jetzt sind alle jetzt da hinten gestrandet. Meinen jetzt, sie können von da hinten angreifen. Na toll. Alle weg. Ah, da kommt schon ein neues. So, schnell rausfahren. So, schön. Heben wir ab. Wieder reiten nach da draussen. Da vielleicht ein Roadkill. Mal schauen. Ja, Roadkill. Schön. Auch von hinten, oder? Weg. So, du bist zurück. Aber die Insel ist sonst frei. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ah, da hinten ist auch einer. Kommt, den hole ich mir. Ah, ich komme auch da. Oh, da kommt mich einer jagen. Ich wette. Schnell weg. Ah, ne. Ah, ne, jetzt ist auch. Ja, den habe ich. Gut. Da unten. Ja, schön. Saman vielleicht nicht gut. Da kommt eine Drohne. Scheisse. Saman vielleicht nicht gut, aber ich hatte da alles im Griff. Waaag. Nee. Kriegt mich keiner. So. Wo hat es noch Gegner? Hier kommt ein Boot. Pah. Das schoss einer ab mich, weil er meint, dass ich seine angreife. Oh. Kontakt. Feindlicher Impfung. Gehschütze südlich verlieren. Ja, wir können hier mal die Insel ein bisschen abcruisen. Mal schauen, was da noch alles so rum ist. Hier ist aber Schluss. Festlich verlieren. Feindlicher Schabschütze. Ja, die Grenzen sind ganz genau gesetzt hier. Keine Chance, würde ich da sagen. Boah, Drohne, Drohne. Gut. So. Rein, da. Da, solche, die angegriffen werden wollen. Ja. Es hat die. Da war doch noch einer im Wasser. Ja, da unten. Das weiss er gar. Alle totgut. Ja, spannend wieder heute. Das ist ein bisschen der Nachteil von Rush. So kann es laufen. Der immer mit seiner Drohne da. Wo er zwei Kills macht. Ah ne, das war einer von uns. Und die Schiffe werden schon da zerstört. Unglaublich. Kann man gar nichts mehr machen. So, schnell kehren. Schnell. Nicht, dass ich noch sterbe. Das wäre jetzt blöd. Boah, Glück gehabt. Hier soll noch einer sein. Der ist totgut. Ja, jetzt sind sie alles scharfschützend. So haben sie keine Chance mehr eigentlich. Vor allem weil ich hier patrouilliere. Bumm. Kann man ein bisschen Stunt üben. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Es ist so spannend. Oh, da war aber einer. 37 Tickets. Da war irgendwo einer. Ich hoffe bei uns läuft es besser. Ja, keine Chance. Auch wenn du da aussteigst. Dann wirst du noch abgesnipet. Gut, jetzt werde ich auch abgeschossen. Shit, shit, shit. Weg da. So. Ah, der ist auch. Oh, da sind sie zerstört. So, schnell zurück. Ist da noch einer? Vielleicht. Weiss es nicht. Ich glaube nicht. So, der kann richtig geil beschleunigen. Machen wir auf einen Stunt. Bis der andere wieder raus geht. Da war auch einer. Ja, der hat der andere genommen. Nee, der ist noch da. Nee, jetzt habe ich keine Munition mehr. Scheisse. So, die habe ich. Oh, die 93R freigeschaltet. Nein, so etwas aber auch. So. Das ist, glaube ich, die beste. Gut, der flog zum Glück vorbei. Das ist diese, die, glaube ich, mehr Schüsse auf einmal abfeuert. Also, wenn man einmal drückt hier. So. Dann gibt es mehr Schüsse. Das ist, glaube ich, die. Schön. Weil, hier habe ich ja noch nicht so viel. Weil man, wenn man es kennt aus meinem letzten Mal. Ich brauche die fast nie. Ja, ich schiesse noch den Vogel ab. Mit dieser Folge auf jeden Fall. Vier Tickets. Jetzt. Den Chat will ich gar nicht anschauen. Wie sie sich darüber aufregen. Ach komm, schauen wir doch schnell. Ja. Ja. Oh, da ist einer gestorben. Ja. Ging leider nicht mehr. Oh, da ist... Ja, da war einer! Aber, ja. Gewonnen, 0 von 8 Spannendste Runde Es dauert 13 Minuten Bis Es dauert 13 Minuten, bis alle Tickets runtergehen Das ist schon eigentlich eine Länge Zeit Ah, Pistolen aufgestiegen Die testen wir natürlich gerade Diese Map ist really hard for Attackers Ich würde sagen, wir sehen es in der nächsten Runde Ja, und natürlich auch mit der neuen Sekundärwaffe Vielen Dank fürs Zuschauen Ich freue mich auf die Waffe irgendwie Bis zur nächsten Folge 12 Kills habe ich gemacht Okay, cool